Hey, meine Rau-Bauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Friends und Franzinen. Und heute ist der große Tag, der ist easy, wo bist du? Denn die Frist, die wir Flo gestellt haben, also die Mr. X ihm gestellt haben, 24 Stunden hatte er ja Zeit und... Was haben die mit der Wand hier gemacht? Okay, hatte er ja Zeit zu sagen, wo er unsere Haustiere versteckt hat. Ansonsten geht es Wuscheln nicht an den Kragen, weil es tut natürlich Wuscheln nix, ist ja klar. Aber geht es ihnen an den Kragen? Easy Star, okay, ich muss mal kurz mit ihr Rücksprache halten, ob sie irgendwelche neuen Informationen hier für mich hat. Fakt ist, Flo ist nicht da, hat gemeint, er soll jetzt da sein. Okay, wir werden uns auf jeden Fall auf das Treffen vorbereiten, denn heute habe ich mir stark vorgenommen, möchte ich die Sniper Rifle craften. Ihr wisst ja, mein Spitzname, die Sniper Rifle, für das Treffen brauche ich natürlich auch eine sehr starke Sniper Rifle. Das heißt, wir werden den stärksten Bogen in Minecraft Freunde craften. Moin Easy, hast du irgendwelche Informationen? Also warte, du bist gar nicht up to date, ne? Nee, wieso? Ja, pass. Also ich habe nur den Brief gesehen, den du an Flo geschrieben hast. Mr. X hat den geschrieben. Bitte verbitte mir solche Behauptungen. Deine zweite Persönlichkeit. Dass ich Mr. X bin, sowas verbitte ich mir hier bitte. Ja. Ja, also er meinte, er soll jetzt da sein, damit wir das klären können. Er ist aber nicht da. Er war da. Er ist eine Minute vor dir verschwunden. Oh, was für ein Zufall. Er hat Angst wohl vor Mr. X. Ich meine vor mir. Na gut, dann wird er ja gleich wiederkommen. Ich bereite mich auf jeden Fall auf das Treffen vor. Weil das Ding ist, ich habe mit Logo geredet. Logo meinte, der hat die nicht. Also entweder hat Logo gelogen. Das ist ja, weiß ich nicht. Ja, Logo hat ja noch nie gelogen. Der will ja niemals lügen. Entweder hat Logo gelogen, der hat die oder Flo hat die. Auf jeden Fall habe ich erst mal, äh, Mr. X hat erst mal Wuschel als Versicherung geparkt an einer Geheimstelle, Top Secret. Und ja, also ich würde mich auf jeden Fall kampftechnisch vorbereiten, Izzy. Das könnte ja gleich krachen gehen, ne? Ich sag bloß. Ja, du musst auch bereit sein für Schinken in den Krieg zu ziehen, Izzy. Warte mal, warte mal. Aber wieso denkst du, dass ich mit dir kämpfe? Äh, dein Haustier ist doch auch entführt worden. Ja, aber Flo war es nicht. Das weißt du doch jetzt noch nicht. Das weiß, natürlich weiß ich das. Ich vertraue Flo. Ja, ja, werden wir ja sehen. Werden wir ja sehen. Ja, so oder so. Egal, ob wir jetzt gegen Flo kämpfen oder gegen Logo oder gegen alle. Also gegen irgendjemanden wird ja jetzt hier heute gekämpft. Okay. Ich bereite mich vor. Ja. Okay, wir bereiten uns auch vor. Wir haben schon einen Power-3-Bogen. Das ist natürlich schon mal besser als nix, ne? Haben wir denn vielleicht hier irgendwo noch, äh, wartet mal, noch einen Power-Flamme hätten wir. Und Stärke 3. Das ist eigentlich perfekt. Das ist Perfekto. Comboisto. Das heißt, wir können mit Hilfe eines Amten, können wir den jetzt klabustern. Genau. Stärke 3 und Stärke 3 ergibt Stärke 4. Hier, Flamme übernimmt er und Schärfe löscht er. Genau. Das ist ja genauso, wie wir es wollen. Dann haben wir schon mal Stärke 4 und Flamme. Und das Ganze nennen wir natürlich die Sniper Rifle. So. Sniper Rifle von Benson. Da schreiben wir direkt unseren Namen auch rein. Da haben wir schon mal Stärke 4 und Flamme. Das ist schon mal sehr, sehr strong. So. Jetzt war es das aber natürlich. Das ist ja, das ist ja noch keine Sniper Rifle. Wir haben ja noch gar nix. Denn wir sind jetzt bei, warst du mal kurz bei Tetra rein. Wir sind jetzt bei Stärke, Full, also Low Schuss sind wir bei, wartet mal. Da müssen wir jetzt die oberen Werte und die unteren Werte zusammenrechnen. Da sind wir bei 8. Da sind wir bei 10,8. Und wenn wir voll aufgezogen haben, ein full aufgeladener Bogenschuss, sind wir bei 15,9. Das ist schon big, aber das geht besser. Und deswegen werden wir den jetzt upgraden. Passt mal auf. Wir brauchen dazu ein paar Ressourcen. Wir brauchen dazu Gold. Wir brauchen dazu Eisen. Wir brauchen dazu Phantommembranenhaut. Wir brauchen dazu auf jeden Fall ein Schneidetool. Das ist das hier. Sehen wir mal ganz kurz aus dem Rahmen weg. Und wir brauchen dazu natürlich unseren Eisenhammer. Das ist der Steinhammer. Ich sehe meinen Eisenhammer nicht. Da haben wir ihn, sah. Ich habe da nämlich schon ein bisschen was vorbereitet, Leute. Wir gehen rein. So. Aber bevor Flo kommt, müssen wir uns beeilen. Also, wir machen genau als Faden, das ist der Faden, den wir haben. Also, ne, Bogen ist ja, ist ja quasi das Holzteil und der Faden. Den Faden machen wir aus, ähm, machen wir aus, äh, Phantomhaut. Boom. So. Das ist schon mal prima. Den geschwungenen Holzbogen. Der bleibt natürlich nicht. Wir machen den erstmal zu einem Langbogen, ne. Das ist schon mal mehr Schaden. Das heißt, er wird seine Form ein bisschen verändern. Und hier wollen wir jetzt definitiv Eisen haben. Da seht ihr aber schon, wir brauchen einen Tier 5 Hammer, damit wir das erledigen können. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal, okay, für Gold brauchen wir auch Tier 4. Okay. Das heißt, wir brauchen einen Tier 5 Hammer. Das ist aber eigentlich gar kein Problem. Wenn ich hier mal gucke. Ben, hast du Mr. X gesehen? Mr. X. Warte mal. Der war gerade hier. Dreh dich mal kurz um. Dreh dich mal kurz um. Ja, oh, er ist hier. Easy. Er ist gerade gekommen. Hier. Ach, da ist er ja. Alles klar. Er ist ja X. Ja, was denn? Flo hat das Spiel betreten. Ja, ich bin doch gar nicht in meiner Vorbereitung fertig. Äh, äh. Ja, doch. Ach so. Warte, ich komme kurz in meinen Persönlichkeiten durcheinander. Ich bin doch gar nicht in meiner Vorbereitung fertig. Ach, er ist schon wieder weg. Ja, umso besser. Ciao, ciao. Nach so viel Zeit. Für Tier 5 benötigen wir also Obsidian. Das heißt, das ist gar kein normales Obsidian. Das heißt, wir schnabonieren uns mal Obsidian. So. Und jetzt müssen wir so eine Ruine finden mit so einem. Einer Schmiede. Denn diese Schmiede sorgt dafür, dass wir uns halt den Obsidianhammer machen können. Das klingt jetzt alles komplizierter, als es jetzt ist. Wir haben ja als, warte mal, ich bin aber gerade wieder Ben. Ich bin nicht Mr. X. So. Das heißt, wir haben ja alles, was wir jetzt eigentlich brauchen. Das heißt, wir, warte, ich brauche noch einen Lava-Eimer. Ich benötige noch einen Lava-Eimer. Vielleicht auch zwei. So, sicher nehmen wir mal die beiden mit. So. Und jetzt gehen wir mal in den Ozean. Dort findet man nämlich diese Tetraruin am einfachsten. Und schau mal, ob wir so eine Schmiede finden. Beziehungsweise brauchen wir unabhängig von der Schmiede auch noch einen Griff. Einen Metallgriff. Und den können wir craften. Entweder finden wir ihn in so einer Ruine, in so einer Kiste. Das wäre natürlich das einfachste. Oder mit Metallfragmenten. Und diese bekommen wir, warte, ich laufe doch falsch. Und diese bekommen wir, indem wir einfach nur Blöcke aus Tetra abbauen. Ich könnte tatsächlich Floß Wand da abbauen. Die ist ja aus Tetra-Blöcken. Aber das ist ja ein kleiner Prank. Das lassen wir also. Wir suchen uns also eine eigene Ruine. Das dürfte aber gar kein Problem sein. Wir gehen in den Plagegeist-Modus. Und ihr werdet überrascht sein, wie stark der Bogen am Ende sein kann. Der ist nämlich illegal stark. Das, was wir jetzt haben, ich habe den gar nicht mitgenommen, fällt mir gerade auf, ich voll Idiot. Und das, was wir jetzt haben, nämlich mit 12,7. Ich habe den gerade aus meiner Werkbank noch geholt. Ist noch nichts. Noch gar nichts. Eigentlich dürfte die Suche nicht sonderlich lang dauern. Die waren ja hier wirklich allerhand an jeder Stelle. Gucken wir mal. Die sind ja sehr leicht zu erkennen. Ha, da haben wir doch schon die erste. Bauen wir mal so einen Block mit einem Eisenhammer ab. Dann müssten eigentlich Metallfragmente droppen, wenn ich jetzt richtig auf dem richtigen Schlauch stehe. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ja, da haben wir Metallfragmente gedroppt bekommen. Genau, ein Stück. Und da brauchen wir jetzt, warte mal, wir können uns ganz kurz mal informieren, wie viel brauchen wir denn, um so einen Metallgriff zu craften. Also hier ist auf jeden Fall eine Tetra-Werkbank. Das sieht schon mal gut aus. Also wir haben hier auf jeden Fall jede Menge Sachen. Gucken wir mal. Aber wir brauchen so eine Schmiede. Die ist aber eigentlich, also die erkennt man schon sehr, 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 sehr deutlich. Die ist halt mit so Lava und so. Das pumpt so, das funktioniert mit Lava. Die pumpt quasi ihre Energie aus Lava daraus. Kann ich jetzt hier das irgendwie mit Wasser? So bin ich gerade ein bisschen nervig. Ich übernehme mich hier runter. So, gehen wir mal. Das führt sehr, sehr weit runter. Noch weiter runter. Oha, wie tief. Hier muss doch was versteckt sein. So wird das doch nicht so tief gehen, sage ich. Hier ist ja absolut gar nichts, Alter. Hier ist ja nur Käse. Wenn man diese Kisten öffnet, habe ich gerade herausgefunden. Warte, hier waren doch noch mehr. Das will ich mal kurz in den Plagegeist-Modus gehen. Wenn man diese Kisten hier lootet in diesen Ruinen. Hier ist nichts. Bekommt man, warte, ich zeige euch das gleich, was man da rausbekommt. Das muss ich mir auch gleich nochmal schlauen. Hier waren da noch Kisten, genau, bauen wir mal ab. Da kriegt man solche, hier Bowls. Und da haben wir einen Bowls, jawoll. So, aber das meine ich gar nicht, weil man kriegt da raus. Okay, jetzt kriege ich tatsächlich nur Bowls raus. Ich wollte euch eigentlich das andere zeigen. Hier, das sind Metal Scraps auch nochmal. Aber das hier, ich wollte euch diese Dinge hier zeigen. Und zwar Planar-Stabilisatoren. Okay, die können wir an einen Hammer hinzufügen. Okay. Und wenn das mit diesem Hammer fusioniert ist, durch unseren Eisenhammer, dann verbessert das die Statistiken der Items, die wir mit diesem Hammer machen. Also das ist nochmal, das gibt auf jeden Fall, also da haben wir noch was Neues. Lubrikant, okay. Okay, das ist genau das Gleiche. Auch das sind so Hammer-Upgrades sozusagen. Die können wir unseren Hammer packen. Und wenn wir dann Sachen, Items damit herstellen, dann verbessern wir diese Items auf verschiedenste Arten. Und zum Beispiel, dass sie dann mehr Haltbarkeit haben oder mehr Power oder halt verschiedenste Sachen. Das heißt, es macht auf jeden Fall extrem Sinn. Jetzt haben wir noch was Neues. Flexmash. Boah, also ich finde hier ganz wilde Sachen gerade, Alter. Okay, damit kann ich Kettenrüstung craften, okay. Ist jetzt tatsächlich gar nicht so praktisch. Aber ich sage mal, lieber haben als brauchen. Zum Glück hat Flo hier gerade Internetprobleme. Damit haben wir auch genug Zeit, uns hier noch vorzubereiten. Aber ich will jetzt eigentlich gar nicht so extrem heftig diese Kisten looten. Auf jeden Fall das Wichtigste. Den Bolt haben wir schon. Ich habe da was komplett Krankes. Thermalcontainer. Das sind diese Sachen, die wir brauchen, um eine Schmiede herzustellen. Die wir wiederum brauchen, um Eisenbogen zu machen. Das ist auch sehr, sehr praktisch, dass wir das gefunden haben. Problem ist nur, das sind so Schmiedeblöcke. Das kann man sich so vorstellen. Also wenn wir das finden, erkennt ihr es instant. Das ist wie so eine Art Batterie, sieht das aus. Was war das, was ich jetzt bekommen habe? Combustion Camber, okay. Ja, wir haben im Grunde alles, was wir brauchen, um eine Schmiede herzustellen. Aber wir können ja schon mal den Bolt hinzufügen. Das können wir ja schon mal machen. Also, wir packen den Bogen an. Das ist nämlich ganz, ganz krass. Jetzt gehen wir hier rein, in den Griff sozusagen. Und da wollen wir einen Limp Adjuster hinzufügen. Und das sind zwei Bolts. Zack, so. Und das Besondere ist, das ändert ja erst mal, seht ihr hier oben, nichts. Wir kriegen ein bisschen mehr Haltbarkeit, ändert aber nichts. Aber das Besondere kommt jetzt erst noch. Passt mal auf, wir craften das jetzt. Sieht ein bisschen besser aus jetzt. Aber, was du jetzt machen kannst, ist komplett krank. Du kannst jetzt nämlich hier reingehen und kannst den tweaken. Und du kannst einstellen, willst du eher, dass er schnell gezogen wird, für wenig Stärke? Oder willst du, dass er langsam gezogen wird, für viel Stärke? Und guckt, nur das gibt uns jetzt schon drei Stärke mehr. Nur dieses Tweaken. Nur der Griff hat uns jetzt schon drei Stärke mehr gegeben. Womit wir jetzt bei einem voll aufgeladenen Schuss schon bei 18 Schaden sind. Das hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Ist aber immer noch nicht ansatzweise alles, wo wir landen werden. Passt mal auf, es geht noch weiter. Befreit Willi? Warum? Hä? Erhalte den Segen eines wilden Orcas. Okay. Kein Problem, Willi. Ich hab dich da gerne befreit. Ich hab ehrlich gesagt, ich seh ja nicht mal einen Willi. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht was. Okay, passt schon. So, ich glaub, wir müssen eine neue Ruine suchen. Ich glaub, hier kommen wir nicht weiter. Hier haben wir nämlich keine Schmiede. Und das ist ja schließlich das, was wir jetzt suchen. Denn eine Schmiede brauchen wir um den Eisen. Ah, hier, ich hab irgendwie einen Orca grad befreit. Ja, ist doch kein Problem. Ich hab auch in den Kommentaren gelesen, dass ich angeblich diesen Morph, weil ich ertrink, glaub ich, grad, dass ich diesen Morph haben soll vom Orca. Und ich hab die nur nicht erkannt. Potwai, ja! Ihr habt recht! Ich bin Potwai! Ich hab nicht richtig geguckt mein letztes Mal. Alter, meinst ja voll langsamer als Potwai. Was ist das denn? Na gut. Ähm, gut. Danke für den Hinweis. Ich hab's gecheckaroniert. So, wir suchen die nächste Ruine. Und ich hab hier auch ganz viele von diesen Add-ons. Das ist auch krass. Hammer in dem Bedrock und Mineral... Alter, es gibt so viel krass zu sagen. Das kann ich in den Boden reinrammen und Mineralien aus dem Bedrock zu schnappen, Alter. Okay, okay, das ist krank, krank, krank. Da haben wir eine zweite. Und wir gehen rein in die Erkundungstour. So, kurz Wasser holen. Äh, Luft holen, meine ich. So, runter, runter, runter. Wir brauchen so einen Schmiedeblock. Das ist jetzt das, was wir primär suchen. So, und das sieht mir nicht nach einer Schmiede aus. Das ist ein so ein Block. Der ist über einer, über einer... Also, es gibt... Damit ihr euch das kurz vorstellen könnt. Es gibt zwei Arten von Tetra-Werkbänken. Einmal die aus Holz, die wir gecraftet haben. Und dann gibt's noch so eine fancy-mäßige, die so ein bisschen ge... Oh, ich hab mal mehr so verkriegt. Die so ein bisschen geiler aussieht. Die hat aber nicht mehr Funktion. Die sieht einfach nur... Ah, genau die hier. Ich hab grad von geredet. Problem ist, es ist keine Schmiede. Wir haben ja keinen Schmiedeblock. Die können wir trotzdem mal mitnehmen. Die sieht halt cooler aus. Was passiert, wenn ich die... Kann ich die einfach so abbauen? Wird die dann zerstört? Was passiert dann damit? Wir werden's gleich ja ausfinden. Ja, die geht kaputt. Und was ist das hier für ein cooles... Ich glaub, die kannst du nur mit... Wow, hä? Das macht hier Schwierigkeiten, seht ihr? Äh, die kannst du, glaub ich, nur mit Behutsamkeit abbauen, wenn du die behalten willst. Ähm, ist ein schickes Teil. Aber dadurch, dass hier eh kein Schmiedeblock war... Aber das ist genau die, die wir suchen. Oh, yes, Baby! Und genau so muss das aussehen. Hier haben wir reine Schmiede... Hör dir hin? Glaub ich nicht. Hier haben wir reine Schmiede. Und wie du siehst, ist ein so ein Kern auf der einen Seite schon drin. Auf der anderen Seite fehlt noch so ein Kern. Und das trifft sich natürlich super, dass wir die bereits gefunden haben. Zack! Reingescheppert das Ding. Und jetzt sehen wir anhand dieses Symbols, dass das Ganze geladen ist. Und wenn wir jetzt hier reingehen, wenn ich das technisch richtig verstanden habe, sollten wir jetzt einen Hammer mit extremer Höhe haben. Wir haben ja nur einen Eisenhammer. Wir sollten aber jetzt einen Netherite Hammer haben. Quasi fiktiv. Also dieses Teil bildet für uns einen Netherite Hammer. Ohne, dass wir den wirklich haben. Das heißt, wir wollen einen langen Bogen. Und wir wollen jetzt das Material Eisen haben. Und das braucht einen Fünferbogen. Zack! So, jetzt haben wir... Ich glaube, das funktioniert. Oder was bedeutet das jetzt fix? Ah, okay. Jetzt haben wir den repariert. Also wir müssen quasi hier noch so... Kann ich hier noch mehr ranpacken? Nee. Kann ich hier noch eins ranpacken? Nee. Okay. Jetzt haben wir so einen Hammer-Upgrade noch. Und jetzt müsste es funktionieren, wenn ich nicht doof bin. Das heißt, wir nehmen einen langen Bogen. Wir wollen Eisen. Und wir haben einen Tier 5 Hammer verfügbar. Obwohl wir ja gar keinen Inventar haben. Dank der Schmiede. Und ihr seht, was das mit dem Damage macht. Damage geht ein bisschen hoch. Stärke geht extrem hoch. Eine Haltbarkeit Overboat geht extrem hoch. Das heißt, wir können ihn... Das heißt, er macht zusätzlich... Das heißt, Spread geht hoch. Das heißt, er macht jetzt weniger Schaden. Okay, jetzt geht leider die... Ich verliere jetzt leider alle meine Verzauberungen, sehe ich gerade. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist trotzdem... Okay, wir können ihn ja gleich nochmal verzaubern. So. Das heißt, wir schnappen jetzt... Können wir eigentlich nur noch... Warte mal, wir können noch ein paar Sachen machen. Und zwar können wir machen... Extended Rest können wir noch machen mit Eisen. Wir verkraften den jetzt mal komplett, wenn wir schon mal dabei sind. Boom. Wir können einen... Äh, einen, 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 einen Kasidin, den... Ein Visier machen. Das heißt, es wird mehr gesumt, wenn wir den benutzen. Nach der ganzen Schmiedearbeit... Die Koordinaten müssen wir uns hier mal merken. Ich mache mal Screenshot von der Schmiede. Ähm... Haben wir jetzt einen Schaden von einem voll aufgezogenen Schuss von 25,8. 25. Guckt mal, wie der schießt. Der braucht jetzt sehr, sehr lange zum Aufziehen jetzt. Ich schieße mal, pass mal auf. Boom. Okay, sah jetzt gar nicht so schnell aus, ne? Aber 25,8, Alter. Das scheppert mal, Alter. Glaub mir das mal. So. Jetzt müssen wir das ganze gute Ding noch verzaubern. Und dann sind wir ready für Flo, würde ich sagen. So, ich frage mal Gambo nach Dias. Weil ich habe tatsächlich nicht genug Dias, um mir eine Brustplatte zu craften. Und ich meine, ich werde ja eh, glaube ich, ein bisschen im Hintergrund agieren. Bisschen easy das Gespräch mit Flo führen lassen. Und dann mit Sniper Rifle im Hintergrund stehen. Und... Ah, hier ist perfekt noch einer. Da bin ich vorbeigefahren. Oh, perfekt. Und dann wirklich mit diesem Ultima Omega Schuss ihn wegpfeffern. Wie gleich können wir mit Gambo ja... Okay, vielleicht ist es ein bisschen auffällig, wenn er im Chat steht... Hat er den Namen jetzt auch verloren? Ja, der heißt jetzt Iron Long. Wir müssen den auch neu benennen. Ist vielleicht ein bisschen auffällig, wenn er im Chat steht, dass Gambo von der Sniper Rifle von Benson erschossen wurde. Dann weiß ja vermutlich Flo schon, was Sache ist. Aber wir haben jetzt hier wirklich schon... Ich würde es euch gerne zeigen. Ich habe nur acht Stück. Die brauche ich gar nicht selber. Oh, Gambo! Mann, ich brauche ein paar Dias. Hat der nicht auch Dias von mir geklaut, sag mal? Das ist ja ein Skandal hier auch wieder. Wir könnten bei einem Bison mal unseren Bogen testen. Bei einem Bison ist schon sehr tanky. Bison hat sehr viele Herzen. Wenn wir den One-Shot oder Two-Shot legen, dann sind wir sehr, sehr stark schon. Ich habe halt leider dieses Super-Buch jetzt ein bisschen verschwendet. Das war natürlich dumm, ne? Aber ich wusste es ehrlich gesagt nicht besser, leider. Ja, dann müssen wir uns eine Eisenrüstung machen, Leute. Besser als nix, ey. Bei Dias fahren, da habe ich jetzt keine Zeit für. Das Treffen mit Flo ist in jeder Sekunde. Falls der es denn überhaupt war, vielleicht müssen wir uns den Schuss ja dann doch für Logo aufheben. Und der hat gelogen, ey. So. Wir wollen das ganze Ding jetzt noch verzaubern. Das heißt, wir nehmen jetzt hier noch Bücher. Und Lapis haben wir ja im Bunker. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz im Bunker. Rein, hier. So. Und hier Verzauberungstisch. Bogen erst mal rein. Okay, Stärke 1. Ne, wir wollen aber eigentlich eher Bücher haben. Na, warte mal. Weil das funktioniert da ein bisschen besser mit dem... Okay, ich habe hier so viel Kram. Wartet mal. Die Lave-Eimer haben wir tatsächlich nicht gebraucht. Wir tun jetzt mal diese ganzen Schmiedesachen. Ich habe so viel Schmiedekram hier gefunden. Also, wir können, glaube ich... Wir kratzen nur an der OP-Oberfläche, denke ich. So, den ganzen Schmiedekram da mal reingepackt. So. Stärke 1 schon mal auf dem Bogen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Jetzt legen wir los. Ah, okay. Das ist schon mal Quatsch. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Glück haben und auch Stärke kriegen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen das Ding. Schärfe, ja. Schärfe, Effizienz. Okay, sind alles gute Verzauungen. Aber tatsächlich nicht das, was wir suchen. Stärke der Hammers. Hm. Ah, ich brauche drei Lapis. Warte mal. Ich muss da genug. Was ist denn mein ganzes Lapis-Lates, ey? So, jetzt wollen wir ein... Stärke 1 und Stärke 1. Das ist ein Stärke 2 Buch. Das können wir... Ist halt besser als nichts, ne? Ich meine, ja. Wir müssen auch mit dem arbeiten, was wir haben. Jetzt können wir dieses Schärfe 2 zumindest nehmen, um hier eine... Das noch drauf zu verzaubern. Zack. Und wie viel Schaden haben wir jetzt? Weil dazu muss ich es reinlegen. Also, wir machen jetzt Schaden. 28,1 plus 1,5 Verzauungsschaden. Das heißt, 29,6 Schaden. 29, Alter. Warte, ich will mal bei Gambo das testen. Oh, wer ist... Äh, Gambo? Oh, erschreck mich doch nicht so. Warum rennst du mit dem Ritter herum? Äh, weil ich ein Ritter bin. Darf ich mal was testen bei dir? Oh, bitte töte mich nicht. Gambo. Nein, Benjamin, bitte. Wie viel Level hast denn du? 25. Mann, das ist viel. Ne, hab gelogen. Es war nur 12, aber trotzdem. Ich hab hier halt mir eine Sniper-Rifle gecraftet. Also, die ist... Also, die soll... Ne, du hast... Also, es ist nicht One-Shot, glaube ich. Ich werde mich da jetzt hinstellen. Und wenn ich dadurch sterbe... Ja, dann schulde ich dir drei Dias. Ne, 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 ne. Ich will keine Sache schulden. Hä? Dann schuldest du mir etwas. Gefallen? Ja. Na, okay. Naja, das hat schon sehr viele Verbesserungen. Naja, das ist okay. Na, wir machen mal. Aber der muss ein bisschen länger laden. Der lädt immer doch. Länger laden? Warte mal. Siehst du? Junge, das war... Ich war auf ein halbes Herz runter. Junge, was hast du... Warte mal. Darf ich auch mal? Ich glaub, mich one-shottest du damit. Ich hab nicht so tolle Rüstung. Ja, aber du hast ja keine Level. Das seh ich, ja. Na, okay. Ja, dann schieß mal auf mich. Das ist die Sniper Rifle Benzer. Darfst du mich aber eigentlich nicht killen. Da steht das im Chat und Flo soll das nicht sehen. Aber egal, schieß, komm. Ja, okay, warte. Ich muss hier kurz Platz machen. Sicher, sicher, sicher. Also, ich hab zwei Dia-Teile, zwei Eisenteile, aber ohne Verzauberung. Junge, aber man lädt schon ordentlich. Ja, ja. Wenn der gelbe Strich kommt, dann kannst du schießen. Ach so, man hört auf, wenn man's zu lange macht. Ja, ja, genau. Hab ich schon geschossen? Nein, hast du nicht. Ja. Sechs Herzen. Wie war das? Hä, wie kann das? Ah, okay, du hast Bi-Ateile. Ich bin ja nur voll Iron. Okay, pass, pass, pass. Ja, ich muss es halt noch besser, damit's wirklich so ein One-Shot-Ding wird, muss ich's noch besser verzaubern. Hast du das denn her? Hast du das hochgesprägt? Das war so aufwendig, Alter. Und ich kann das ja noch leveln, dann ist es sogar noch stärker. Vier Prozent erst. Ja, ich hab das mit so einer Schmiede geschmiedet. Das war komplett aufwendig, aber jetzt ist es okay. Aber es kann halt noch besser werden. Ich muss halt noch bessere, du musst überlegen, es hat jetzt gerade mal Stärke zwei. Ich kann noch mehr Stärke drauf klatschen und ich, ja, ja. Und ich kann, nee, sogar bis sechs. Sogar bis sechs. Was? Eigentlich sogar bis sieben. Du kannst es halt stacken. Und du kannst es noch leveln, zusätzlich. Also, ich kann den Damage insgesamt, sag ich, noch verdoppeln. Das war's. Bleib einmal liegen. Hä, damit haust du aber auch Full-Dia, Leute, One-Shot weg. Irgendwann schon, wenn's genug gelevelt ist, glaubst du schon, ja. Ist das krank. Besonders mit Schadenspfeilen noch halt, ne? Kannst ja auch noch draufpacken. Ja, mach mal deinen Job. Ich hab ein paar gewaxt. Echt? Ja, acht Stück, die hier. Ja, perfekt. Gut, aber ich will dich nicht weiter stürmen, weil was auch immer du da bei Easy machen wolltest, aber ich werd das verpetzen. Du warst da so wirklich so direkt auf dem Weg zu diesem Haus, Alter. Was hattest du da vor? Das stimmt doch überhaupt nicht. Gar, wo willst du deine Diamanterz platzieren? Ne, Miene? Nö. Gar, boah. Nee, wirklich nicht. Okay. Okay, 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 okay. Meiner Freude. Bunker. Hä, ich hör doch hier jemanden. Nö, 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 nö. Ach, Gambo, du bist der Geist. Oder so. Was für ein nö, 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 nö. Ja, du machst so Geräusche. So, hey, nö. Du machst Geräusche. Pass mal auf, wie du mit mir redest. Ey, pass mal auf. Easy, komm gleich. Dann verpetze ich dich, wenn du hier nicht rummuckst. Ich hab, ey, was willst du denn verpetzen? Ich hab doch ein Geschenk da gelassen. Ich will das sehen. Kann ich das durchs Fenster sehen? Nee, guck mal hier. Du bist unsichtbar, Gambo. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, muss mal Augen aufmachen. Boah, ich hab die Augen so weit auf, Alter. Benjamin. Willst du mich trollen? Nö, also ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ach, da. Das ist komplett ernst, oder? Ja, so, ja. Das ist lustig, tatsächlich. Noch lustiger wäre es, wenn es drauf reinfällt. Nee, mach mal auf. Da ist TNT drunter, oder nicht? Versuch mal. Ach, das ist nur roter Beton, kein TNT. Also, haha. Dieser Reverse-Brack. Das ist nicht schlecht. Aber TNT hat sich nicht getraut, sei ehrlich. Ich sag dir ehrlich, absolut nicht. Bei dir sind acht Minen versteckt. Grasminen? Ja, hier so Erdminen. Na ja, da hab ich auf meinem Grundstück nicht. Ja, also, da drunter halt. Ach so. Ich hab einen Fernzünder. Bis dann, ciao. Ciao, jo. Okay, Isi, ich hab was vorbereitet. Hast du gute Rüstung an? Ja. Also, was hast du genau an? Ich hab 79 Level, bitte töte mich nicht. Ich hab Full-Dia. Ja, also, es dürfte eigentlich nichts passieren. Aber ich will jetzt nicht, dass es schief geht. Oh mein Gott. Ja, ich hab auf jeden Fall einen sehr heftigen ... Warte, du kannst ja ... Ja, du tust es einmal. Einmal? Also, du hast Full-Dia. Und zehn Herzen. Ja, wenn ich jetzt mit 79 Level sterbe, dann ... Nein, nein, nein. Also, es wird dich nicht töten bei Full-Dia zehn Herzen. Oh mein Gott. Schwörst du mir? Ja, ja. Ja, okay, zwei Herzensschaden. Hä, nur? Aber hast du mit Schutzverzauberung? Ja. Ach so, ja, okay. Ja, dann ist ja krass. Ja, aber ist schon nicht schlecht. Also, es ... Flo hat nicht so eine gute Rüstung, ja. Ja, dann scheppert das rein. Ich glaub, ich bin Two-Shot damit. Aber die musst du auch lange aufladen, ey. Dauert ganz schön. Naja, okay. Was ist denn da? Hast du einen Bogen? Ja, so ein ... Nee, eine Sniper-Rifle ist das. Sie sieht übertrieben geil aus. Wie schön. Ja, für 700 Diamanten geht's hier so. Äh, nee, warte, ich muss mich ja ... Warte, dreh dich kurz um, Isi. Ja? Guck weg. So, Mr. X ist da. Wo ist denn denkst du denn? Ja, ja, der ist grad ... Der ist grad hier runtergesprungen. Grad hier runter, die Clip ist ja gesprungen. Ich hab den grad noch gesehen kurz. Nein, ist der gestorben. Ja, ja, der ist tot. Der ist weg. Den können wir morgen beerdigen. Super. Na gut, dann lass mal mit Flo reden. Was das hier ... Was das hier soll alles, ey? Und warum ist seine Wand aus Tetra-Blöcken? Flo, hallo? Das würd ich auch gern wissen. Hallo? Flo? Flo, was mit deiner Wand passiert? Höh, ja, das muss ich nur rausfinden. Weißt du, wie man die abbaut? Da brauchst du so einen Hammer für. Ja, das ist ein Problem. Ja, ich kann dir so einen Hammer geben. Für 20 ... Dir hast du einen Spaß. Nee, ernst, bei der Sache, ich bin Mr. X. Also, du hast vielleicht auf dem Foto schon gesehen, wir haben ... Ich ... Ich will ja Isi nicht mit reinziehen. Ich habe Wuschel in meiner Gewalt. Aber dem geht's gut, keine Sorge. Aber wenn wir unsere Haustiere nicht zurückkriegen, dann machen wir aus denen ... Ja, ich hab's schon gelesen. Dann machen wir aus denen einen Topf. Verstehst du, Flo? Aber Ben, das Ding ist ... Ich war dies nicht. Nee. Dies ist ein Imposter. Herrlich nicht? Ja, ja. Übrigens nicht wundern, ich hab grad gar keine Stimme. Also, ich kling grad ein bisschen weird, aber ... Ich war das wirklich nicht. Hä, warum ... Vor allem, warum soll ich das machen? Aber schwörst du es auf die Ehre von Wuschel? Ich schwör ... Ja, also, Isi, dann scheint es wohl doch Logo gewesen zu sein. Und Logo hat dich angelogen. Ja, der hat sogar auch geschworen. Ich weiß nicht mehr auf was. Ich glaub, auf seinen T-Rex oder so. Ja, dann müssen wir seinen T-Rex töten. Let's go, wir töten seinen T-Rex. Okay, ich behalte erst mal ... Also, Wuschel, geht's gut, keine Sorge. Ich behalte den erst mal so lange, bis wir beweisen konnten, dass doch Logo der in der Schick. Dann bekommst du den natürlich wieder mit Entschädigung. Aber im Zweiten für den Angeklagten. Mit Entschädigung. Ja, wir brauchen doch das Druckmittel. Vielleicht lügt der ja auch hier. Das wissen wir ja nicht. Ich will eine Gerichtsverhandlung. Wie kriegst du, Flo? Mr. X steht über dem ... Mr. X ... Hä, warum, Isi? Wir sind doch ein Team. Also, ne, ja, eigentlich nicht. Aber du verstehst schon. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss, Flo. Es tut mir alles leid. Isi, warum denn leid? Niemand kann Mr. X stoppen. Ja. Hol dir mich mal zu der Haustiere nie wieder kriegen, Isi. Überleg mal. Ja. Aber was machen wir jetzt ... Aber du kannst ja nicht einfach ... Ich weiß nicht. Es war safe Logo. Ich glaub, es war Logo. Es ist immer Logo. Es ist safe Logo. Ja, das ist ein ... Typisches Logo-Ding. Ja, was machen wir denn jetzt? Der hat ja nichts. Man kann ja nichts kaputt. Der hat nichts. Der hat ID-Racks 2. Und das war's. Mehr hat der nicht. Und den kann man nicht entführen. Der ist zu groß. Wieso kann man den nicht entführen? Ja, den kannst du ja nicht mit einer Leine. Den kannst du nicht zähmen. Nein, aber wir können den Boden abbauen. Den bis auf den Bedrock runterbauen. Den Boden wieder hinbauen, sodass er das nicht checkt. Bis auf Bedrock? Alter, Isi. Ja. Ja. Die kriegt er nicht wieder hoch. Ich hab schon eine gute Spitzhacke, aber so gut jetzt auch nicht, Alter. Bedrock? Gut, ich hab eine Geisterspitzhacke. Ich geh auch richtig schnell ab. Bist du sehen? Zeig mal, zeig mal. Ich muss hier runter zu Steinen. Warte. Hey, das ist ja krank. Ich krieg eh keinen Fallschaden. Ich kann einfach runter. Ich würd bis hier ganz runter machen, Isi. Meine Spitzhacke geht schon auch ab. Da mache ich sogar zwei Fliegen mit einer Klappe. Da level ich die direkt. Die kannst du leveln? Ja, ja. Aber ich hör das am Sound, dass ich mit deinem auf jeden Fall nicht mithalten kann. Also bei dir ist ja wirklich dieses bam, 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 bam. Aber wir müssen den langsam runter droppen. Dass mich das da durchs Fallschaden stirbt, weißt du? Ja, das ist doch Logos-Problem und nicht unsers. Das ist ein Argument. Aber lass mich den mal hier runter bauen. Ja, die werden ja eh einen Haufen Herzen haben. Oh, der die in der Kiste. Kann ich mal fragen, ob er mir die leiht? Ich merk schon, das offenbart hier das kriminelle Ich, ey. So, jetzt baue ich noch die Blöcke ab. Hoffentlich überlebt er das. Das sieht doch super aus. Boom. Warte mal, weiter runter können wir nicht? Nee, nee, weiter, das war das Maximum. Und jetzt bauen wir einfach hier. Na, wir müssen schon, na, warte, vielleicht mit Clean Stone. Clean Stone, ich mach mal Clean Stone. Damit der nicht checkt, dass wir das runtergedingst haben. Warte, aber hier ist auch ein bisschen Erde. Bis hierhin ist Erde. Wir können ja einfach die Erdstruktur hier nachbilden. Das ist ja auf easy. So. Jetzt füllen wir einfach hier alles mit Erde. Oben da mit Gras. Warte, dann hört man die da noch. Warte. Nee. Also ich höre nicht mehr. Nee, 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 hört man nicht. Hört man nicht. Perfekt. Ja, das Ding ist, es wird halt safe seine erste Vermutung sein, dass wir es runtergegraben haben, ne? Aber weißt du, was ich übrigens wieder hab? Erinnert dich was? Erinnert dich das an was? Ja. Das ist mein originaler Sound aus Runde 1. Guck mal, dann geht's noch gut hier unten. Ja, dann geht's besser als an der Sonne. Das wäre aber schon Sonne. Ich lebe auch im Keller. Viel Spaß. So. Ich muss irgendwie schauen, dass das Gras hier hinwächst. Ich weiß nicht, ob das durch das Garagentor wachsen kann. Ich vermute mal nicht. Lass mal hier so ein Slot auf. Dann müsste das eigentlich droppen. Dann ziehen wir hier nix, weil hier wegen Gras damit das wächst. Das muss ich nur warten, bis das Gras einmal spreadet. Ah, ist gespreadet. Perfekt. Zack. So, jetzt breite sich ja eh nach und nach jetzt aus. Bup. Ich hab noch ein bisschen Gras dabei. Wir können das ein bisschen platzieren. Dann weg so schneller. Dann machen wir umso besser. Dann ist einfach sein T-Rex weg. Na klar, ist doch auch Grasblöcke. Geil. Was hat Easy nicht? Ich guck jetzt bei Reins Kiste. Ich hab sie gerade angebaut. Easy, hast du wieder Kisten mit TNT verteilt? Wo? Also vor Ryan steht so eine Kiste. Vielleicht. Hä? Vor Ryan? Nee, das war ich nicht. Das war... Hö, da ist nur TNT. Nee, wieso? Öffne mal. Wollen wir mal reingucken? Mach mal auf. Mann. Das ist gar kein Check-Check. Ja, deswegen. Das hat mir Gabo schon gesagt. Hast du das gemacht? Nein, da, da, da. Gabo war das. Wann denn? Ich war da gerade damit beschäftigt, da eine T-Rex zu verstecken. Voll die geile Idee. Ja, das checkt man echt nicht. Ja, okay. Dann sind seine T-Rexe jetzt weg. Wollen wir ihm das Schild da lassen, dass wir seine T-Rexe entführt haben? Nee, vielleicht denkt er so, lass mal das Garagentor. Vielleicht denkt er dann, dass die abgehauen sind. Glaubst du? Ja, klar, wenn die jemandem hinterher rennen. Klar. Ich hoffe halt nur, das Gras ist bis dahin gewachsen. Aber es wächst ja eh so schnell. Wir haben uns heute nicht gesehen, offiziell. Ja, ja. Ciao. So, da haben wir mal die T-Rex von Logo versteckt. Ich meine, oh nein, Gabo hat ja auch das. Aber bei mir ist das echtes TNT. Das wäre nämlich das Ding wieder. Nee, besser ist auch Gabo wirklich. Oha. Ist ja übelbig. Ja, das mit dem Bogen ist, also der macht schon arschvieh Damage. Aber klar, wenn jetzt die V-Easy mit Full-Schutz 4 rumrennt, dann ist das natürlich nicht so Sniper-Rifle-mäßig. Hä? Also, da ist gerade die Creeper explodiert auf jeden Fall. Ich hoffe, das war nicht auf meinem Grundstück. Aber wir können da natürlich noch extrem viel Stärke draufpacken. Also, wir kratzen hier aktuell wirklich nur an der Oberfläche. Also, wir sind jetzt bei 29,6. Ich sag, wir können das Ding auf 40 Damage boosten. Insgesamt. Das wird crazy, Alter. Aber es dauert noch ein bisschen. Aber wir haben schon eine Menge geschaffen in der heutigen Folge, Leute. Das heißt jetzt, nächste Folge, großes Aufeinandertreffen mit Logo. Also, das wird eine Eskalation. Wir sind ja aber zu dritt mit Ryan. Weil Ryan's Haustier ist ja auch weg mit Easy und wir. Also, egal, was Atombomben-mäßig Logo da vorbereitet hat. Bruder, ich hab live gesehen, wie du gespawnt bist. Was hast du für Angebote, mein guter? Hä? Warum bist du so sauer? Ey, Bruder, warum ich hab da gar nichts gemacht? Naja, eine Leine for free. Zwei Leinen sogar. Beschwer ich mich nicht. Dann würde ich sagen... Oh, warte mal. Ich bin ja wieder Benson. Bop. Dann würde ich sagen, war's das mit der heutigen Episode und das fette Aufeinandertreffen in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Das wird mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao.